Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Chivalry Medieval Warfare. Ich bin's wieder, euer Neuländer, und ich bin hier mit dem Ben. Hallo. Und dem Robin. Servus. Und bald der Jesse. Ja, die Jesse wird nicht antworten, weil ihr Headset ist kaputt. Das heißt, sie wird physisch da sein, aber nicht akustisch. Ja, jetzt wollen wir in den Dreh rum. Ja, ein Headset, Robin. Wir fangen direkt gleich an. Wir sind hier auf einem Black-Night-Server. Einfach so zum kleinen Eingewöhnen der ganzen Sache. In der letzten Runde haben wir... Hä? Ich hab doch die Kriegsachse freigeschalten. Sicher? Äh, manchmal buckt das ein bisschen rum. Oh shit! Ah, der war schuld. Ah, okay, wie der Ben schon sagt, manchmal buckt das ein bisschen rum. Ich hab eigentlich die Kriegsachse nämlich schon... Freigeschalten und da haben wir sie auch. Schön. Ähm, ich werd jetzt versuchen, einfach ein bisschen die nächste Axt freizuschalten. Und dann schimm mal was... Oh, nein, oder? Schießt du mit dem scheiß Teil auf mich? Oh, Gott. Also... Äh, was? ja schon wieder weißt du das wort man macht einen schritt nach vorne und fällt hat er mir den kopf abgeschlagen verdammt das was das betrifft ist die map echt schrecklich ich finde ich lustig ja ja klar lustig ist auf jeden fall ist einfach nur man spawnt und macht einen schritt nach links oder nach rechts und ist tot einmal einmal schade aber der kick hat gesessen ganz oben mann aber ich will das haben geklickt und es passiert nichts da oben stehen ich sollte mal aufhören so rum zu klicken und einfach mal was produktions tun pass auf in der axt du kannst mich treffen ja das ist nicht so gut das ist nicht gesund jawoll ein kill unser erster kill heute das war super knapp du hast ihn noch bekommen und ich habe einen kill nicht bekommen vielen dank alter nie tust du nicht nee 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 tust du nicht ist da jemand an der balliste das war knapp robben werde kommst jetzt von hinten nein nein gewick gewick meine ruhe das war mein arm das war mein kopf dass ich in ruhe ich gehe sehr gut danke hatte ich meinen kopf bist du gestorben hallo das hat nicht als mein kill gezählt das gibt es ja nicht natürlich weil ich selbst noch begangen habe aber ich habe dir schaden gemacht eigentlich muss ich den kriegen nee weil ich selbst noch gemacht hat oh 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 ich warte mal warte mal warte mal warte mal kurz weil es nicht auf warten so eine gute idee ist beim kampf warte mal kurz warte mal doch ok ok danke danke ah wobei 2 gegen 1 ist immer gut ey was auf ihn ha 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 aua der hat gesessen ey wo bist du ich lass euch mal ey ich lass euch mal ey iss mal jawoll jetzt nimmt er sich dass das übergeblieben ist hab ich eigentlich hab ich noch nen kopf ne ja super aber einen killhammer ich hab zwei kills gemacht ne wer ist jetzt bogenschütze wer ist Ben er hat sogar gesessen Ben du hast mir du hast irgendwas hast mir angeschossen Ben ich hasse dich aufgeschossen ich hab dir den Arm aufgeschossen ich hab dir den Arm aufgeschossen Clemens ich seh ihn ne mach mal nicht mach mal nicht warte mal da kommt einer da kommt einer na ist mir so egal alter das ist mir so wurst verdammt ich hätte dich fast runter kicken können ich hätte dich fast runter gekickt Robin du machst dich grad zu gut ist aber nur auf der Karte du tier das hör ich gern natürlich du glatzköpfiges tier oh nein jetzt haben wir durchgelassen dass du ne Platze hast die ganze Emotion sollen die Leute auf Youtube denken jetzt weiß man was unterm Helm ist Elmhaare jede Menge Fleisch so da kommt die mächtigste unserer Streiterin wie hast du mich gerade genannt mächtigste unserer Streiterin kommt dazu Jesse bist du vom Weg das hast du doch Schatz gesagt ja aber er ist ich hab mich gehört hast du das Schatz ja aaaah man ich will doch nur noch 7 kills mit dem Bogen machen ey dia kriegst du nicht Tanke Hätt ich kaum um sehen müssen sehen will ich sehen in der Aufnahme ey sehr unspektakulär aus meinen Sichts ich hab eben den Robert mit dem Headshot von der Balliste erwischt ey den Kopf hat auch zerlegt das war sehr unspektakulär SEIDER geliebt ooo� ALTER das ist einer der wenigen Fälle wo man nicht sehen das w onto echt geiler jump'n run das hättet ihr sehen müssen wenn jemand mit der Ballisteat33elkopf wegerschießt dann gilt das bei Black Knight trotzdem nicht, der ist trotzdem tot. Ich hab Stinkelkäse, aber er riecht eigentlich eigentlich. Der war schön. Hey. Komm runter. Du Feig. Ding. Schade. Schade, ich hab gehofft, dass ich das noch in der Luft erwische. Was war das? Ja, Baby. So ein Quatsch. Habe ich noch einen Kopf? Nein, ich hab keinen Kopf. Den Kill kriegst du nicht. Den Kill kriegst du nicht. Baby. Robben ist nicht schlaff. Der Typ, der mich am Samstag an der Tankstelle über die Theke angustet hat, hat mich jetzt angesteckt. Ich werd Kranke. Ernsthaft? Ja, ein so alter Mann, der reinkommt und erst mal Hallo und dann komplett über die ganze Kasse hinweg auf mich drauf wuchstet, ohne sich die Hand vom Mund zu halten. Das war so eklig. Zweimal. Nur gemerkt. Geil. Shit. Oh, da sind aber jetzt ein paar. Verdammt. Ich bin unnötig, Schatz. Mann, Jesse! Jesse, stopp! Verdammt. Proof. Hab jetzt gehofft, dass ich hier... Wir müssen mal alle gegen Robin spielen. Das ist ja nicht. Aber mein Ping ist halt... Verdammt. Den Axe... Ach gut, dann geh ich... Dann geh ich jetzt halt woanders hin, ja? Mach ich ein bisschen mehr Schaden. Ey, Robin gewinnt hier mit dem 200er Ping, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ja, ich glaub, das ist der Trick. Ich kann mich ja selber schlecht bewegen. Einmal... Ah. Aua! Ich bin so ein schlechter Kämpfer. Du bist doch mal! Geht doch! Was ist los mit dem Axeck? Ich hab die andere Waffe genommen, die schneller ist. Ah? Wer ist das denn? Ah, das ist Robin. Ist das auch Askala? Ja, der ist Askala. Und deswegen ist er gestorben. Ui, was war das denn? Ich hab sich von hinten ein Messer erwischt und der ist ja nicht umgehauen. Schön. Da liegt sie. Ne, da lieg ich. Da liegen die anderen. Au! Oh Gott. Schön. Na. Na. Ja, geht doch. Der war wirklich schön, aber ich hab ihn nicht skrumpen sehen. Da liegt der. Oh! Hm. Schade. Sehr, sehr schade. Ich, ich... Ich weiß nicht warum, aber in so Spielen kacke ich immer als Bogenschütze voll ab. Oh, guck mal, da ist der Robin. Au! Da ist der Robin, da ist der Robin, guck mal. Oh, 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 oh. Noch was? Ja, also Robin muss man sagen, der hat, der hat äh, äh, schlechte Verbindungen. Deswegen ähm... Das Internet... Internet ist kein Neuland für mich, aber ist trotzdem so langsam wie sonst was, mit 2000er kommt man halt weit Sag mal, Jesse, was hast du denn vor ohne Arm? Ich frag dich, was du vorher so nahm mein Schatz Halle auf Clemens! Nein! Was drauf ist? Sticht der durch, wenn ich durch, sticht der im Zweifel Sehr schön Danke mein Schatz Ähm, jetzt meine Tonquali muss man dazu sagen, ich hab das Problem mit meinem Headset, mit meinem Mikro leider immer noch nicht gelösen können Das ist, äh, jedes Mal wenn ich versuch, also da ist irgendwas mit dem Treiber Also bei mir hat's den Hoho! Aber dann hätten wir ja Zielfähigkeit hier Nice Na komm her Du kommst eh nicht durch Nein, 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 geh weg Dann war's schon wieder Ah, verdammt Hab ihn Achso, der Bogen ist in der Nähe echt, echt mies Hab ich so das Gefühl Wenn ich nur drei Kills machen, dann hab ich nur einen Bogen Welchen hast du denn? Den zweiten oder den dritten? Den ersten noch Ob du danach den zweiten oder dritten hast? Den nach hab ich den zweiten Okay Nein, nein, nein! Achso Schöne Sache Schöne Sache Schöne Sache, Jessi Schöne Sache Ich bin auf dich drauf gesprungen, Jessi, du hast mich hochgeboostet, deswegen bin ich runtergefallen Dein Bullshit So Ah, verdammt Ja, Baby Damit Was hattest du denn vor, Junge? Was sinnvolles Nein Verdammt Geh weg, geh weg Dein lass nicht Ruhe Ach, Ben Ach, Ben Ah, verdammt Das ist halt echt, ich weiß auch nicht Ich hab für, für Bogen in den Spielen, hab ich nicht versucht, kein Händchen Aua, mein Arm Absolut nicht, also auch hier, ähm Lalo, du hast mich noch getötet vorher Ach, schade Aber Robin, der Schädelspalte war nett, ne? Der kam unerwartet Ich hab noch irgendwie teilweise gehört, aber Ich hab eher das Krachen vom Kopf dann gehört, als irgendwas anderes Sag mal, oh, ne, 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 ne Au Nein Ich so Hä, warum mach ich, mach ich denn jetzt so langsam mit dem Messer? Kurz, was hab ich denn für ne Waffe? Ich bin Füchel hier, hm Hm? Tempo? Reichweite? Oder mach ich denn? Oh, oh Oh Wir müssen nachher unbedingt Verstecken spielen, ey Wir müssen nachher unbedingt Verstecken spielen, also das Untote und Lebende, das ist so lustig Mach mal, mach mal auf jeden Fall Oh doch, Jesse Okay, dann wird's aufmachen Ja, ähm, muss ich sagen, in einer, ähm, Off-Session, also ohne Aufnahme, haben wir, äh, ein Spielmodus gefunden, der richtig, richtig geil war Oh Oh Ja, das war ja, wie, wie, wie verstecken, also wenn man die Lebenden erwischt hat, haben die, ähm, ähm... Was? Ha? Nicht im Schatten jetzt Jawoll, vor allem mit dem Bogen gegen den Typen mit dem, in der, in der Rüstung Nee Geil Also, ich schlag über Kopf, den kannst du nicht blocken Du musst nach oben gucken, wenn du blockst, da stehst du Schlag über Kopf Ha, schön Jetzt schlägt's aber 13 hier, ne? Weil ich hab nämlich den zweiten Bogen Der ist nämlich Schneider Warum hab ich mich zur Seite bewegt? Im Runterfall im Kriegbrennen Der ist aber echt, der ist aber echt nur minimal besser, ne? Oh Oh Der hab ich nicht kommen sehen Der kam einfach von hinten Ich bin, ja, ich bin Da kommt der Robin einfach von hinten, du Ne, der Ben Mhm Mit dem Schädelspalter Ja, mit dem Hammer Also, Ben, du bist echt der Hammer Oh, es leckt, ja Schädelspalter Aua Oh, wenn ich dich erwische Oh, schön Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lass mich weg, lass, geh weg Lass mich hier in Ruhe Er sagt, geh weg und du sollst ihn in Ruhe lassen Nein, ah, ah, ah Ist er runtergefallen? Oh, oh, ja Sehr gut Ich glaub, gefilmt, das ist richtig schön peinig Ah, erstmal einen kleinen, ähm Nein, ich bin nicht gestorben Nein, ich hab mich versteckt Sehr gut versteckt Ich hab jetzt richtig laufen Auf jeden Fall Lass mich nicht Ah, runtergefallen Eine wirkliche, wirkliche Hunde Hunde Bestes Hunde in der Welt Ever Ist er aufgeschlagen? Oh, ist ein O beschissen? Alsگern Sie neben mir schreien nur in der Distanz und anderen Schreien im Spiel. Ja, ich hab Jessy auch gehört sogar. Also Jessy, wenn du laut genug redest, kannst du beim Ben mitquatschen. Er sagt, wenn du laut genug redest, kannst du bei mir mitquatschen. Wenn du lautlos redest. Verdammt. Äh, ja, ich glaub schon. Oh, hast du wieder eine Leiche entgegengetreten? Ja, demoralisiert. Kann man eigentlich, ähm... Sag mal! Seine, äh... den Pfeil, den man gerade quasi auf Anschlag hat, zurück in die Innenköcher packen? Geht das? Ja, ist los. Also die Rest der Maustaste. Oder irgendwie geht's auf jeden Fall. Nee, nee, also mit rechts zoomst du ja ran. Dann wechsel die Waffe. Ja, aber dann wechsel ich's auf die Waffe und ich will nicht... Ich will nur den Bogen halt nicht... äh, ja. Ich weiß, mit der Zeit legt der ihn wieder zurück, aber ich will halt, ähm, die Zeitflüsse nicht haben. Hm. Vielleicht kick ich dann? Das geht, glaub ich, auch irgendwie. Guck mal, nicht, Gavi. Nee, mit, mit. Eff! Ha, 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 ha! Boah, Alter, da hinten häng ich! Ha, 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 ha! Guck mal, krass! An die Wand genagelt. Krass, oh shit! Ha, ha, ha! Du, und... Ha, ha, ha! Fliegt, Alter, hier nachden! Oh! Ich weiß, das ist es auch, aber... Mich fliegt ja auch irgendwas um die Ohren. Nee. Warte, 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 lass mich, Jesse, lass mich in Ruhe! Er sagt, du hast ihn in Ruhe lassen. Ich sag, töt' ihn. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Doch. War ja klar. Ja, mach's, tu's. Ey. Robin. Wenn du nicht anders kannst. Ich hasse dich. Ich... Ich hab... Ja, dich wechselt. Damit kann ich leben. Oh, nein! Huh! Oh, ho, ho! Das war... Das war Glück. Ah, der war schön, Jesse! Aua! Oh, gut, gut. Ich hab's übernehmen kann! Ja! Nein! Und... In den Tod gefallen! Alter Vater! Das ist halt, wenn man zurückläuft, ne? Probiert den Hammer auch mal aus! Nee, mach den grad! Kann man nur Überkopfschläge machen, auf den hinten draufhalten, ich kann den nicht blocken. Was? Den Hammer kannst du von dem Überkopf her nicht blocken, wenn du den Überkopfschläge machst. Doch. Oh! Oh! Versuch's! Komm, deine Waffen versuch's! Ja, oh! Versuch's! 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 Nein, Mann! Lass mich in Ruhe! Ich hab... Tschüss! Ich will meine Zahl gar nicht sehen, hey! Meine Punkte! Was? Ich leb noch! Ich leb tatsächlich noch! Bist auf dem Boden! Ja, ich bin am Boden! Am Boden der Tatsachen! Oh! Aber du hast meinen Arm abgestochen! Warte mal, bleib mal da stehen! Bleib mal da stehen! Jessi! Das sah ja mal saug cool aus! Äh? Da unten neb Clemens! Denkst du du triffst mich von da unten? Denkst du du triffst mich da? Nein! Oh! Ich hab den Fall gesehen! Nein, hast du nicht! Leider nix mehr zum Werfen! Wollt ihr jetzt alles zu mir, oder was? Warte, 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 warte! Ich versuch die mal in der Luft zu erwischen! Dann geht der Kill auf dich! Mhm! Unten! Jessi, komm mal runter! Verdammt, Leute, kommt doch mal runter! Warte mal, Jessi, warte mal! Hinter dir! Ja, shit! Wie? Ich hab ihm den Arm abgeworfen für dich, mein Schatz! Gern geschehen! 3, 2, 1... Zack! Einmal Selbstmord! Einmal für, auch fürs Let's Play, damit ihr das mal gesehen habt! Das hat er überhaupt nichts! Dem ist explodiert, ja! Das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass sich hier unten festigen! Nein! Oh! Oh Gott, bin ich scheiße! Bitte erschieß mich aus, verdient, ey! Ich häng da an der Wand! Mal wieder! Oh man, ich hab gehofft, dass ich schneller bin, als du mit dem Gerät! Der Gerät? Der Gerät! Warte mal, Leute, der Clemens schießt schon wieder! Nein! Muss ich was gegen machen! Ich schieß gar nicht! Lass mich in Ruhe! Shit! War aber auch ein bisschen wahnsinnig, hinter das Schwert da reinzuspringen! Boah, Alter! 72 Kills bist du nicht verbogen, müssen wir verarschen! Der ist ja auch noch langsamer, als... Aber der ist besser! Der Kurzbogen macht ja auch weniger Schaden! Der Kriegsbogen ist besser! Oh shit! Geh jetzt an! Oh fuck! Du hast dich an den... Du hast dich an den... Du hast dich an den... An die Säule da genagelt! Ich seh's! Ja, das kleine Mauer hatte ich doch auch schon... Ist ganz gut, dass er sich an Migo hat! Ne, 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 ne! Ahhhh! Ich hatte doch schon alle ausgerüstet! Also das buggt wirklich ein bissl, ne? Hier die... 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 die Zahlen... Weil ich weiß nicht noch, die hab ich nämlich aus... Ich hab's eh noch nicht ganz verstanden... Was? Ja, ein bisschen. Oh, Gott sei Dank. Du leckst, glaube ich. Das ist schwarz, Robert. Ach so, das ist ein Toter. Ach so? Nee. Ah! Oh. Everybody was Kung Fu fight. Ja. Oh, ernsthaft. Dann auch ein Headshot mit der Ballista. Ah, Mann. Okay, hier machen wir einen kleinen Cut. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.